Viele schwarze Jugendliche in unserer Gesellschaft sind täglich mit Vorurteilen Rassismus konfrontiert. Unser Projekt hat sich das Ziel gesetzt, schwarzen Kinder und Jugendlichen zu ermutigen. Dazu führen wir schwarze MentorInnen mit schwarzen Mentis, also die Kinder und Jugendlichen, zusammen. Cool daran ist, dass man jemanden hat, der genauso ist wie du und dich versteht. Ich war öfters schüchterne Mädchen in der Klasse und jetzt hat sich das alles verbessert. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen der Prämienziehung für das Megalos. Auch heute werden wieder viele Mitspielerinnen und Mitspieler für ihre Unterstützung des guten Zwecks mit einem Gewinn belohnt. 100.000 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 133411 und jeweils eine Million Euro entfallen auf die Endziffern 6629766. Herzlichen Glückwunsch! Du bist ein Gewinn!